Moin aus dem Schwarzwald. Ihr seht es im Hintergrund, die Sonne scheint, die Gartengeräte sind startklar und ich habe gerade auch schon mal die Bodentemperatur gemessen. Noch startet die Rasensaison nicht. Es soll aber heute mal so ein bisschen darum gehen, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zu starten, an welchen Faktoren kann man sich da orientieren. Und dazu verziehe ich mich jetzt mal in mein kleines Erklärkellerchen. Bis gleich. Live aus dem Keller mit super Laune, aber dafür eine relativ beschissenen Stimme. Ich hoffe, es geht trotzdem einigermaßen gut. Es soll jetzt nämlich um die Frage gehen, wann startet die Rasensaison und wann wird aus sowas hier sowas hier. Also wann startet die Saison 2023 oder auch wann startet sie ganz grundsätzlich Jahr für Jahr. Und da möchte ich euch heute einfach mal unterschiedliche Methoden vorstellen. Es gibt teilweise noch ein paar Randinfos zu den einzelnen Methoden, möchte mich aber unterm Strich natürlich trotzdem relativ kurz halten, weil ich jetzt mittlerweile die Methode herausgefunden habe, die für mich am besten funktioniert und die verrate ich euch natürlich auch am Ende des Videos. Ja, Methode 1 wäre ganz einfach, habt ihr auch schon im Vorspann gesehen, die Bodentemperatur. Und zwar liest man hier immer mal wieder unterschiedliche Zahlen oder man hört unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen ab 10 Grad konstanter Bodentemperatur, andere sagen wieder ab 8 Grad Bodentemperatur und zwar rund um die Uhr. Soll die Rasensaison einfach starten, weil der Boden bei dieser Temperatur wieder funktioniert. Heißt, die Bodenorganismen, die Mikroorganismen, die nehmen wieder ihre Arbeit auf, fangen an Stoffwechsel zu betreiben, setzen Nährstoffe um und dadurch werden die Nährstoffe dann natürlich auch Pflanzen verfügbar. Pflanzen verfügbar heißt, unsere Gräser, unser Rasen geht ins Wachstum rein einfach. Und das wäre auch schon Methode 1, das Thermometer. Methode 2, ich blende sie euch hier drüben mal ein, ihr kennt sie sicherlich alle oder einige werden sie kennen und haben auch schon was darüber gehört. Die sogenannte Forsyzie. Das heißt, es wird gesagt, sobald die Forsyzie ihre Blüten rausschiebt, diese gelben, herrlichen, wunderschönen Blüten, soll der Frühling da sein, beziehungsweise soll das Ganze ein Startsignal sein für die Rasensaison. Ganz kurz zur Forsyzie. Die Forsyzie kommt ja ursprünglich nicht aus dem europäischen Raum. Benannt wurde die Forsyzie übrigens nach William Forsyzie, keine Ahnung, es war ein englischer Gartenbaudirektor, der sich um königliche Gärten gekümmert hat, der sich dann auch ganz intensiv mit verschiedenen Arten, Untergattungen der Forsyzie beschäftigt hat. Ursprünglich natürlich nicht in Bezug auf die Rasenpflege, sondern er hat sich mit der Forsyzie als Pflanze beschäftigt, kann man so vielleicht mal ganz einfach sagen. Gelebt hat der gute Mann 1700 bis Anfang 1800 irgendwas. Die Forsyzie kam dann aber erst 1855, glaube ich, rüber nach Europa. Das heißt, der gute William hat den Siegeszug der Forsyzie unter uns Rasenfreaks sozusagen gar nicht mehr mitbekommen. Aber trotzdem, der Name geht auf jeden Fall auf ihn zurück. Danke William, danke für diese Pflanze. Sie liefert doch so eine Art optischen Hinweis, wann startet die Rasensaison? Oft ist es auch so, wenn man im Frühling, man kann es ja kaum erwarten, wann die Saison startet, man möchte loslegen, man sieht diese Forsyzie aber nirgendwo. Verlasst euch drauf, wenn sie blüht, dann werdet ihr sie wahrnehmen. So ging es mir auch im vergangenen Jahr. Ich dachte, wann blüht sie denn, wann blüht sie denn und wo finde ich sie vor allem? Und eines Tages auf dem Heimweg von der Arbeit habe ich dann mal gezählt und bin, glaube ich, auf 28 Forsyzen gekommen. Das heißt, wenn sie blüht, werdet ihr sie sehen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Ihr könnt natürlich auch in den Baumarkt, ins Gartencenter gehen und euch selber eine Forsyzie für teuer Geld kaufen. Ihr könnt aber auch Folgendes machen. Die Forsyzie eignet sich für Steckhölzer. Das heißt, egal ob jetzt der Nachbar eine Forsyzie hat oder ob ihr irgendwo in dem Park eine seht, man kann sich da sicherlich mal zwei, drei Zweige abknipsen. Und diese Zweige, die könnt ihr in den humusreichen Boden reinstellen, zum Beispiel in den Topf oder, habe es auch schon probiert, in eine Tasse. In dieser Tasse lässt man die Zweige dann einfach einige Zeit stehen und die Blüten erscheinen dann. Das heißt, man kann sich aus solchen Steckhölzern auch eine eigene Forsyzie ziehen. Die könnt ihr dann in einem etwas größeren Topf halten und ab der kommenden Saison habt ihr eure eigene Forsyzie. Die könnt ihr im Garten irgendwo hinstellen und damit habt ihr diesen optischen Indikator, wenn ihr ihn haben wollt. Die dritte Möglichkeit, einen Termin für den Start so ein bisschen festzulegen, wäre das Online-Modul www.isip.de. Ich blende euch das auch hier drüben mal ein. Denn ISIP steht für Informationssystem, Integrierte Pflanzenproduktion e.V. Das heißt, hinter dieser Plattform verbirgt sich ein eingetragener Verein. Dieser Verein wiederum bezieht seine Daten aus den Bundesländern heraus. Also zum Beispiel hier bei mir in Baden-Württemberg verbirgt sich dahinter das landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg. Die wiederum bekommen die Daten aber natürlich auch von unterschiedlichen Wetterstationen und natürlich auch vom Deutschen Wetterdienst. Das heißt, es werden im Hintergrund über verschiedenste Standorte, über verschiedenste vielleicht auch Messverfahren, Daten gesammelt, die bei ISIP dann da einfließen. Und ihr könnt dann, wenn ihr auf diese Internetseite geht, einfach über Entscheidungshilfen und Grünland gelangt ihr zur Grünland-Temperatursumme. Dort könnt ihr rechts oben in so einem kleinen Suchfeld könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und dann seht ihr, ob es in eurem Umfeld irgendwelche Wetterstationen gibt bzw. Messpunkte gibt. Und da wiederum seht ihr dann die Grünland-Temperatursumme. Die Grünland-Temperatursumme funktioniert folgendermaßen. Und zwar werden ab dem 1. Januar jeden Jahres werden die Daten gesammelt. Das heißt, von jedem Tag wird die Durchschnittstemperatur, das sogenannte Tagesmittel, ausgewertet. Und dieses Tagesmittel geht dann in eine Summe ein. Das heißt, diese Werte werden täglich addiert. Dabei muss man natürlich wissen, dass die Werte des Januars mit dem Faktor 0,5, die Werte des Februars mit dem Faktor 0,75 und die Werte des Märzes mit dem Faktor 1 in diese Summe eingehen. Das heißt, wenn ihr dann auf diesem Online-Modul auf euren Standort zugreift, dann werdet ihr jetzt aktuell wahrscheinlich noch einen roten Punkt sehen. Roter Punkt bedeutet, dass noch nichts geht. Es kann noch nicht gedüngt werden. Es sind noch keine sonstigen vorbereitenden Maßnahmen notwendig. Die die Rasenfläche direkt betreffen. Springt dieser Punkt dann allerdings um von rot auf gelb, dann heißt es, dass die Grünlandtemperatursumme bei ungefähr 170 liegt. Das heißt, vorbereitende Maßnahmen können getroffen werden. Sprich, man könnte zum Beispiel schon mal einen Dünger aufbringen. Springt die Temperatursumme dann, beziehungsweise dieses Symbol auf grün um, haben wir eine Grünlandtemperatursumme von 200 erreicht. Und damit meint, ISIP wäre ein nachhaltiges Pflanzenwachstum gewährleistet. Das heißt, die Pflanzen betreiben aktiven Stoffwechsel, sind im Wachstum und die Rasensaison startet. So, dann kommen wir zu Methode 4. Methode 4 wurde aus der Not geboren bei mir, weil Methode 3 hat auch mal versagt. Dazu komme ich nachher im Fazit nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Aber ich habe mir in der vergangenen Saison hier so einen Datenlogger besorgt. Diese Datenlogger werden eigentlich in der Lebensmittelindustrie benutzt, um Kühlketten zu überwachen. Ich habe mir den natürlich besorgt, um eigene Daten von meinem Standort zu ermitteln. Ich war so der Meinung, okay, eine Station 20 Kilometer in diese Richtung, die andere 40 Kilometer in diese Richtung. War mir ein bisschen zu ungenau. Vielleicht war ich da auch ein bisschen übermotiviert. Deswegen habe ich mir diesen Datenlogger besorgt. Das Tolle an dieser Geschichte, man bekommt auch für Umme einfach eine Software mit dazu. Und die Daten, die dann in dieser Software vom Gerät einfach ausgelesen werden, kann man sich per Excel exportieren und kann dann in Excel super mit den Daten arbeiten. Kleiner Nachteil, innerhalb von drei Monaten entstehen, je nachdem in welchem Intervall man die Daten lockt, entstehen richtig, richtig viele Daten. Und diese Daten, die muss man, selbst wenn man sich mit Excel auskennt, erst mal in den Griff bekommen. Das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. Ich habe dann auch sogar gemerkt, dass mein Standort deutlich abweicht von den Messungen, die in alle Himmelsrichtungen passieren, weil, und das sage ich immer wieder, jeder Standort hat seine eigenen Faktoren, seine eigenen Bedingungen. Schattig, sonnig, Höhenlage, da spielen so viele Faktoren mit rein. Solche Dinge kann ISIP einfach nicht abbilden. Das heißt, ISIP als Orientierung, ja, wer seinen Standort perfekt haben möchte, wenn es um die Grünland-Temperatursumme geht, der kommt um so einen Teil hier nicht drum herum. Muss ich die Daten selber ermitteln. Und dann könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass ihr da einen richtig geilen Wert bekommt. Die perfekte Grünland-Temperatursumme. Abschließend zum Fazit. Ich gehe nochmal jede Methode ganz kurz durch. Ihr kennt jetzt die Hintergrundinfos sozusagen. Und jetzt noch ganz kurz meine Meinung zu den einzelnen Methoden. Das Thermometer. Dieses Thermometer kann man sich kaufen online. Gibt verschiedene Varianten. Liegt im Bereich von 5 Euro. Muss man sich aber auch nicht online kaufen. Gibt es auch im örtlichen Supermarkt, im Drogeriemarkt. Irgendwo findet ihr so einen Küchenthermometer, Backofenthermometer, Fleischthermometer, wie auch immer. Diese Teile sind in der Regel relativ gut geeignet, um die Bodentemperatur zu überprüfen. Auch der Vorteil, wenn ihr ein bisschen so eine längere Nadel hier vorne dran habt. Ihr könnt mal schauen, was passiert in der oberen Rasentragschicht. Ihr könnt auch mal ein bisschen tiefer gehen. Hier jetzt ungefähr 20 Zentimeter. Das ist doch ein relativ interessanter Bereich, wenn es um die Rasenpflege geht. Kostet nicht viel. Immer mal wieder kurz reinpiksen. Gucken, was macht die Bodentemperatur. Meiner Meinung nach eine tolle Methode, um einfach zu schauen, wo steht meine Rasentragschicht gerade, wenn es um die Bodentemperatur geht. Zur, falsch. Zur Forsyzie. Die Forsyzie ist ein super Indikator, wenn man einfach mal sich ein bisschen in der Natur umschaut und einfach guckt, wenn sie blüht, dann kann man starten sozusagen. Die Forsyzie hat ihren Blütezeitpunkt oft so in der Ecke April, Mai. Aber, da muss es ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sich mal mit der Blüte verschiedener Pflanzen genauer beschäftigt, zum Beispiel, und das Ganze heißt übrigens Phänologie. Also in der deutschen Wetterkunde nennt man das die Phänologie. Phänologie beschäftigt sich so mit diesem Jahresrhythmus von Pflanzen, verschiedene Entwicklungsstadien, von der Blüte bis zur Frucht, bis zur wie auch immer. Und wenn man sich in dieser Phänologie mal ein bisschen umschaut, dann gibt es da natürlich interessante Studien. Studien, die seit Jahrzehnten am Laufen sind. Da gibt es zum Beispiel Studien zur Apfelblüte, aber natürlich auch zur Forsyzie. Und, wenn man sich diese Studien mal anschaut, dann zeigt sich, dass die Forsyzie ihre Blüte in den letzten, ja so ungefähr in den letzten 60 bis 70 Jahren immer weiter nach vorne geschoben hat. Das heißt, es gibt bei der Blüte der Forsyzie starke Jahresschwankungen. Das zeigt einfach mal wieder, eine Pflanze orientiert sich nicht an dem Rasen. Eine Pflanze orientiert sich nicht am Kalender. Eine Pflanze orientiert sich an den Bedingungen vor Ort. Das heißt, Temperaturen, Bodenbeschaffenheit, Verfügbarkeit von Nährstoffen. Auch hier wieder so viele Faktoren, die auf diese Forsyzie sozusagen einwirken. Kann die Forsyzie jetzt uns den perfekten Startpunkt anzeigen? Nein, kann sie nicht. Aber sie gibt uns eine Orientierung, wann ungefähr hier so ein bisschen so der Stoffwechsel anläuft. Und deswegen, wer Schwierigkeiten damit hat, diesen Startpunkt festzusetzen, die Forsyzie, die werdet ihr sehen. Die werdet ihr irgendwo finden. Und mein Tipp, wenn ihr das Teil wirklich zu Hause haben wollt, macht euch Steckhölzer. Macht einen Riesenspaß, wenn man sieht, wie es einfach funktioniert. Und dann habt ihr eure eigene Forsyzie zu Hause. Ich werde es übrigens dieses Jahr auch noch tun. Einfach nur, weil mich, obwohl ich jetzt mit verschiedenen Methoden durch bin, es interessiert mich nach wie vor, immer wieder diese Methoden gegeneinander abzugleichen. Um dann vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren nochmal einen Schritt weiter zu sein und mehr Erkenntnisse zu haben. Variante drei war das Online-Modul eSIP.de. Tolles Modul. Man klickt sich drauf. Man kann, und das habe ich gemacht, wenn der eigene Standort nicht verfügbar ist, einfach auch mal zwei, drei Standorte im näheren Umfeld sozusagen im Fokus behalten. Man kann sogar die Werte dieser drei oder vier, fünf Standorte dann auch mal mitteln. Artet aber wieder ein bisschen in Arbeit und in Excel-Getippe aus. Rate ich euch eher davon ab. Wenn es sie funktioniert, schaut dort vorbei. Informiert euch noch eure Gräser. Das hängt auch noch ein bisschen damit zusammen. Welche Gräser habt ihr auf eurer Fläche überhaupt? Wann starten die? Versucht euch da mal ein bisschen schlauer zu machen. Ich möchte jetzt heute hier nicht zu tief in das Thema Gräser selber reingehen. Aber zum Beispiel bei der Supina, Poa Supina, sagt man, sie startet etwas früher. Temperatursumme hört man sich im Internet um, liest man sich durch, findet man einen Wert zwischen 120, 130 und 150 Grünland-Temperatursumme. Während andere wieder sagen, so zwischen 180 und 200 starten meine Gräser. Da muss man sich mal ein bisschen genauer reinfuchsen in die Thematik. Aber ich möchte beim Thema ISIP bleiben. ISIP ist ein einfaches Modul. Modul schön aufbereitet. Das heißt, ihr bekommt die Werte toll dargestellt. Sie sind total einfach verständlich über dieses Drei-Farben-System. Einziger Nachteil bei diesem Modul. Und das ist der Nachteil, wenn man sich auf eine Methode verlässt. In den vergangenen Jahren kam es auch schon mal vor, dass dieses Modul genau in den Zeitraum, in dem sozusagen die Finger anfangen zu kribbeln, hatte dieses Modul einen Aussetzer und musste sozusagen offline gehen. Dann hat man wirklich ein Problem, wenn man sich nur auf diese Methode verlässt. Aber als ein Indikator ein tolles Ding. Variante 4 war der Datenlogger. Eigene Daten ermitteln vom Standort. Super perfekt, super geil. Hört sich auch echt toll an und macht auch wirklich Spaß, weil man nicht nur dieses Vorgefertigte konsumiert, sondern man muss sich mal intensiv damit beschäftigen, wie entsteht denn so eine Grünland-Temperatursumme. Und als ich angefangen habe, Daten zu loggen, da war ich noch relativ zuversichtlich, dass es auch gut funktioniert. Dieses Teil hier fast schon Plug and Play, also anmachen, draußen aufhängen. Man muss sich kurz damit beschäftigen, wie ermittelt man Temperatur. Das passiert natürlich nicht. Südseite, volle Granate, Sonne. Sondern es gibt bestimmte Richtlinien, an die man sich da halten muss, um einen ordentlichen Tageswert, Tagesmittel zu erhalten. Auch das kann man super einfach nachgoogeln oder wird vielleicht auch mal später ein Thema, wenn ich merke, dass da ein Interesse besteht. Aber ganz grundsätzlich habe auch ich mich dann mit diesem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum in Augustenberg auseinandersetzen müssen, beziehungsweise ich habe die kontaktiert. Ich hatte da auch Nachfragen zu dieser Thematik, weil mir da manche Dinge nicht ganz klar waren. Und habe das unterm Strich natürlich in den Griff bekommen, muss aber sagen, hier dahinter verbirgt sich einiges an Arbeit und diese Arbeit werde ich mir in Zukunft sparen. Ich lasse das Teil zwar immer noch nebenher so ein bisschen im Garten hängen, um ab und zu mal ein bisschen zu schauen, wie die Temperaturen sind. Nutze dieses Gerät auch in anderen Bereichen. Aber diese Methode, da würde ich grundsätzlich erstmal davon abraten, weil es einfachere Möglichkeiten gibt, sich so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. So, und jetzt zum Abschluss, wie mache ich das? Wie gehe ich vor? Also, ich rate euch ganz einfach, Bodentemperatur messen könnt ihr machen. Ihr könnt bei Isi vorbeischauen, das gibt eine leichte Orientierung und auch die Forsythie verschafft euch so ein bisschen einen Überblick, wann es losgehen könnte. Aber ich bin der Meinung, egal welche Indikatoren wir von irgendwo heranziehen, um was geht es unterm Strich? Unterm Strich geht es um unsere Rasenfläche, es geht um die Gräser. Und deswegen sollten wir in erster Linie eines beobachten und das eigentlich das ganze Jahr, heißt zwölf Monate pro Jahr. Wir beobachten unseren Rasen. Was macht der Rasen, wenn die Bedingungen passen? Und ich habe es vorher bei der Forsythie schon mal so ein bisschen angedeutet. Was macht eine Pflanze, wenn die Bedingungen für Wachstum gegeben sind? Sie wächst. Genau, ganz einfach. Das heißt, wenn die Bodentemperatur passt, wenn die Photosynthese funktioniert, also das heißt, Photosynthese heißt Lichteinstrahlung, Wärmetemperatur, wenn die Mikroorganismen im Boden anfangen, Nährstoffe zu verstoffwechseln, dann fängt unser Rasen an, guck mal, könnte man sogar mal zeigen, dann fängt er an zu wachsen. Das heißt, sobald ihr ein Wachstum beobachtet, startet die Saison. Und wenn die Saison startet, dann gebe ich euch den Tipp, dann beginnen wir einfach mit Mähen. Das heißt, durch den Schnitt der Gräser können wir dieses Wachstum nochmal so ein bisschen fördern, sage ich jetzt einfach mal. Ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, wir starten zu schneiden. Wer jetzt natürlich sagt, ja, ich möchte aber nicht erst das Wachstum beobachten, ich möchte vorher Bescheid wissen, weil ich möchte ja düngen. Ja, dann müsst ihr auf solche Prognosen zurückgreifen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Aber wenn diese Prognosen euch einfach zu abgefahren sind oder ihr vielleicht auch einfach nicht die Zeit habt, jeden Tag irgendwelche Variablen zu überprüfen, dann schenkt eurem Rasen doch diese zwei Wochen im Frühjahr und wartet, bis der Rasen euch zeigt, dass er loslegt. Ganz einfach eigentlich. Und dann braucht man keine Module, man braucht keine Datenreihen aus irgendwelchen ewigen Ketten heraus sozusagen. Dann muss ich auch nicht mehr irgendwelche Daten ganz aufwendig selber ermitteln, sondern das ist sowieso meiner Meinung nach das Wichtigste in der Rasenpflege. Schaut den Rasen an, er zeigt es euch. Und wenn es nicht gleich im ersten Jahr funktioniert, dann halt im zweiten oder dritten Jahr. Geduld und dann einfach Schritt für Schritt sozusagen zum Ergebnis hin. Ich mache das Ganze jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe die verschiedenen Möglichkeiten durch. Habe gerade gesagt, ich werde auch weiter diese Methoden beobachten und laufen lassen. Aber was unter dem Strich auf jeden Fall zählt, ist die Rasenfläche. Alles andere sind Randfaktoren, die ich mir sozusagen heranziehen kann, aber nicht muss. Und dann gibt es von mir noch eine kleine Hausaufgabe. Und zwar, wenn es um den Saisonstart geht, dann solltet ihr mal über folgendes Problem nachdenken. Ich sehe auch gerade in den sozialen Medien wieder, wie die Vorbereitungen überlaufen. Überall stapeln sich die Düngersäcke. Ich selber dünge auch. Ich sage aber immer, düngen, wenn, dann mit Verstand, mit Sinn und Verstand. Und ganz kurz noch ein Hinweis zum Thema die erste Düngung im Jahr. Beziehungsweise, das soll dann auch die Hausaufgabe für euch sein, da vielleicht mal so ein paar Gedanken euch zu machen. Wenn ihr granulierte Dünger zu Beginn des Jahres auf die Rasenfläche aufgebt, dann handelt es sich relativ oft noch dem Trend entsprechend oder der Routine entsprechend um granulierte Dünger. Was machen granulierte Dünger? Mineralische Dünger lösen sich etwas schneller auf, während ein organischer Dünger etwas länger dafür braucht. Und diese Nährstoffe müssen in den Boden. Und über den Boden werden sie dann über die Wurzeln der Gräser Pflanzen verfügbar. Das heißt, was macht ein granulierter Dünger als allererstes? Er düngt den Boden auf. Das heißt, ihr habt nachher einen Boden, den ihr super mit Nährstoffen versorgt habt und damit habt ihr auch die Grundlage geschaffen für ein ganz tolles Gras, das wir vielleicht alle gar nicht wollen. Vielleicht müsste man das Thema Frühjahresdüngung nochmal extra behandeln. Vielleicht kommt es auch irgendwo anders, bevor ich mein Video hier draußen habe. Ich möchte euch das jetzt nur mal mit auf den Weg geben. Denkt mal über das Thema nach. Boden aufdüngen. Was passiert mit zum Beispiel dem Saatgut der Poa Anua, welches nur darauf wartet, bis die optimalen Bedingungen herrschen. Und wenn dieses Saatgut aufläuft, habt ihr ratzfatzend Poa Anua-Problem. Also, denkt mal drüber nach. Vielleicht wird es eines der kommenden Themen hier aus dem Keller oder wenn der Frühling kommt, auch mal wieder aus dem Garten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, konnte die eine oder andere Frage aufklären. Und vielleicht habt ihr jetzt ja einen einfacheren und vielleicht sogar auch einen entspannteren Start in die neue Rasensaison. Bleibt locker, beobachtet den Rasen, habt eine gute Zeit. Ciao. Die ganze Zeit ploppen mir hier die Lawn Dudes auf. Und deswegen machen wir jetzt mal das Internet aus. So, weiter geht's. Vor lauter Tassen hier hat er den Überblick verloren. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dunkel ins Licht bringen. und dann kam das noch mal gleich zum Licht bringen. So, jetzt denke ich dann die Maria Dudes auf. So, jetzt ist das in die掃se. So, jetzt muss man das Ganze versuchen. So, jetzt kommt das Ganze zurück. Vielen Dank.